Ich bin Arthur und wir haben den Verein Euro Rekord gegründet, um mehr Plätze zu schaffen, wo Menschen einzigartige Momente kreieren. Hallo, ich bin Paul. Ich finde, dass die Freiplätze in Hannover noch viel Optimierungspotenzial bieten. Und wenn man etwas verändern will, dann muss man es selber anpacken. Hi, ich bin Luke und ich bin bei OurCourt, weil ich es extrem geil finde, wie auf dem Freiplatz alle möglichen Menschen zusammenkommen können zum Zocken. Hi, ich bin Annika und ich bin bei OurCourt dabei, weil ich fest davon überzeugt bin, dass mehr Basketballplätze und vor allem auch bessere Basketballplätze Hannover guttun würden und auch allen Menschen, die hier leben. Hi, ich bin Torben und ich mache bei OurCourt mit, um neue Freiplätze in Hannover zu bauen und Kunst und Basketball zu verbinden. Hi, ich bin Lena und ich engagiere mich im Verein, weil ich mehr Basketballplätze in Hannover haben möchte und eine zusätzliche Möglichkeit, neben dem Verein Sport Basketball zu spielen. Ja! Ich bin der Ent Weder Barsch Und ich bin ein coarse Beispiel am besten! Ich bin erneut, was mir geht es. physicianschef dort reistet! Und wir sind hier bei OurCourt, wenn ich das die Tyckel-Touch einsände mache, wir sind dort in der Barschkarte. Und dann, wenn wir die Karte Barschkarte hier im Verein und ich neue Karte,